So, gesundes Neues hier mit einander. Happy New Year! My first run, 2021. No hangover. No party yesterday. Let's live. So, am Fuß vom Holzberg. Im Kilometer wird es ein bisschen steil. Da würde ich dann nicht mehr joggen können. Jetzt in der Winterlandschaft. Heute am 1. Januar 2021. Naja, es ist gar nicht so kalt. So, jetzt geht es rein in Leid. Auf ins Moritzgebirge. Da wird schon ein bisschen mehr stehen. Mensch. Mal vorstellen, im Sommer bin ich das dreimal nach und runtergegangen. 140 Kilometer. Mit 1500 Meter Höhenunterschied. Jetzt mit den ganzen Klamotten. Und jeden Tag trainiert. Den ganzen Dezember. Naja, 10 Minuten bin ich drüber. Mal jetzt brechen. Mal sehen. Wenn jemand zuatique laufen macht. Naja, taala. Wenn es da wenig schneidet, könnte ich morgen mal einen Schneemann bauen. Schon lange nicht mehr gebracht. Boah, das waren drei, vier Rehe. Das letzte Stück. Das brennt jetzt aber nicht. Das ist der sogenannte Promille-Weg. Da oben ist der Biergarten, da geht es ganz schön steil raus. Und auch wieder runter natürlich. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Wenn das Promille-Weg ist. So. 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 Hier bei der Biergarten. So. 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 Der schlimmste Abstieg ist schon geschafft. Das war gerade so was von steig und mattig. so. 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 das letzteisty. Das letzte weitste Stück. So ein Schatz für mein Pärrenzenhof, Pärrenzenhof natürlich. Auf der anderen Seite bin ich zurück, wo oben wir gerade im Bereich sind. Da ist im Zimmer gerade mit Zoll, wenn ich glaube der Noctown ist. Und jetzt links nach Rüttemberg. Genau, das ist ja schön. Wie gesagt, jetzt sind die Rüttemberg. So, durchstrommen. Frühstück, Mensch. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön.